Moin Moin Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Wir machen da, wo wir aufgehört haben und ähm, ja, es wird definitiv horabel werden mit so wenig Munition. Ich freu mich riesig. Und äh, ja. Ach ja, wie wir uns freuen. Ich sollte mal dringend die Halbleiter verkaufen. Wenn ich mal einen Shop finden würde. Aber naja, egal. Weiter im Text. Ach das. Aber. Alter. Komm her, du scheiß Viech. Leck mich am Arsch. Ach, guck er an. Ach, guck dir mal einer an. Ja, komm. Wo bleibste? Da hinten hin mit dir. So, da haben wir das. Nee. So, äh. Äh. So, zur Probation. Hö. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nee. Nee. Aus jetzt. Ende im Gelände. So sieht's aus. War hier nicht nochmal irgendwo ein Stab? Warte. Warte. So, nicht mal, Freund. So, einmal den Energieknoten. Äh, hä, hä. Audio-Log? Okay. Bonnie Worthington, Forschungs-Log 16671. Wir hatten heute einen Durchbruch. Es ist das gleiche Signal. Demenz, Codes und Baupläne werden alle von dem gleichen Signal des Markers hervorgerufen. Nur die Leute unterscheiden sich. Kluge Menschen sehen Codes und Baupläne. Für alle anderen sind es nur Geräusche. Geräusche, die einen in den Wahnsinn treiben. Ja. Ja. Ups. So, du gehst mal da hinten hin. Dich brauche ich gerade. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Denn hier drauf wird, dass ich... Äh. Hi. Ja, nicht getroffen. War ja mal wieder klar. Ja, wir kriegen ja nur Geld. Was, ey. Aber wir speichern das Waben. Äh. So. Ich weiß gar nicht, über welchen vermittel ich jetzt bin. Was ist das? Ich kann es in meinem Kopf spüren. Wir kommen näher, Isaac. Der Marker weiß, dass du hier bist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn die Zeit reif ist, willst du es wissen. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Hahaha. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Ja. Hi. Ich weiß nicht. Fynn, ich weiß nicht. WTF? Äh, äh. Nein, nein, mein Freund. So nicht. Oh oh. Boah. Glück gehabt. Mist. Scheinbar muss ich diese Laser umgehen, damit ich auf die andere Seite komme. Das war ja ein Spaß. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Sicher doch. Ich hab das Ding nicht mal ansatzweise berührt und, äh, ja, trotzdem werden wir weggenatzt, oder was? Leckste mich fett. Mal kreuzweise und so weiter. Jetzt haben wir dich schon wieder hier. Achso, okay, hier. Woohoo! Hi! Ja, kommt! Hey, hey! Mist. Scheinbar muss ich diese Laser umgehen, damit ich auf Janne Halt! Höhöhöh! Halt! Ja, das war mal ne Frau. Oder zumindest das, was von ihr übrig ist. Wir haben natürlich kein Medipack. Wow, jetzt heißt es beeilen! 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 Wow. Alter Vater. Oh oh. Nee? Aua. Leckt mich doch. Äh, äh. Und... Wow, hab nicht ein Glück, Alter. Leck mich, Alter! Mann! Warum krieg ich gerade nur Geld? Ich brauch kein Geld, Leute! Ich brauch Mutti! Ich bin arm dran! Wutte verdienen! Drei Energiekuchen schon wieder. Nice! So, um dich kümmern wir uns später. Erstmal hier. Ja, wieder Geld. Ja, endlich, Position. Geht doch. So, dich schalten wir mal aus. Alter Verwalter! Brauchst du? Da krieg ich ja gar nichts für. So, jetzt nimmer eins. Ja, komm. Äh, ja. Minipack! Äh, warte mal. Ich müssen... Ach so! What the... Neee. So läuft das hier aber nicht, mein Freund. Ja, nee. Jetzt auch nicht. Das ist... Ja, auf jeden Fall. Der hat nix. Der hat nix. Ah, der hat Munition. Cool. Munition, die ich... nicht brauche. Aber die... Natürlich. Der Shop ist natürlich kaputt. Leck mich doch. Hey? Oh, hi. In vier, und zwar ohne Rückschläge. Die tatsächliche Konstruktion beginnt morgen. Heute Abend wird gefeiert. Ich hoffe nur, dass ich nicht im Mitten der Party einen Blackout habe. Aus irgendeinem Grund habe ich Angst davor. Äh, ja. Du bist auch schon infiziert, mit Sicherheit. Aber hey, egal. Wir gehen erstmal weiter. Jetzt sagen wir nicht, dass es da, wo ich vermute, dass es da ist. Leck mich am Arsch. Es ist da, wo ich vermute, wo es da ist. Als ob der Trick zieht. Scheiße! Du kommst dir gut schlau vor, wa? So. Leck mich am Arsch. War klar, dass ich die Stase krieg. Hey! 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 Aua. Ja. Ich bin natürlich so. Und renn rein. Uiuiui. Aua. Ja, genau. Deswegen sagte ich, ich hasse das. Gut, dass wir hier gespeichert haben. Ich hasse einfach diesen Raum hier. Ja, ja. Du brauchst dich gar nicht totstellen. Äh, du kommst mal her. Du brauchst dich jetzt gar nicht so anstellen. Geld. Ich brauch kein Geld, Leute. Oh, hi. Oh, fick dich doch. Da hat man die gerade gesehen. Und was ist? Ey, dich kann ich auch mal mit in die Augen nehmen. So, können wir sonst noch was von da unten mitnehmen? Nö. Natürlich nicht. Ähm. Ja. 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 Wow! Hehe! Hehe! Aua, 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 so, leck sich am Arsch, haben wir die jetzt, wann, fixe, haben wir die jetzt, what the, ja, genau, ich hasse diese Etagen, ohne Witz, ey, das gibt's nicht, ey, so, wie ich hier sterbe, ey, so, du da hinten, krass, die kann ich jetzt, fuck, ja, wieder nur Geld, auf jeden Fall, ey, warte mal, fuck, entweder klappt es, oh, 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 Das ist doch... Ey, das macht langsam kein Fun mehr, Mann. Ey, das ist unglaublich. Wir haben nirgendwo einen Shop. Nirgendwo. Ähm. Vor allem das Problem ist, hier gibt es nicht mal eine Karte oder sowas. Wo gehe ich denn nochmal? Mission, da, Datenbank. Ja, wow, wir haben nicht mal eine Karte. Äh, ups. Wenn ich mir das nämlich mal so angucke, Speicherstation, Bench haben wir da hinten. Shop haben wir da. Ey, das ist unglaublich, ey. Auf jeden Fall. Äh, ups. Hi. Du wirst mir nicht das Ding hier zerstören. So, das hätten wir. Vor allem, ich kann die da unten nicht mal eben schnell abschießen. Wäre von Vorteil. Und da, ich bin auf jeden Fall.